WDR mediagroup GmbH Oder was? Was machst du oben? Ja, die Chef. Geh'n Fickse. Seid' diese Fickse mit der Scheiße. Komm' geh'. Ah. Ah. Ja. Dein Bruder auch nehmen Drogen, oder? Na klar. Jeden Tag. Er kippt. Er spricht. Er nimmt Tabaletta, Schala, Tela, Tabaletta, Angebot, Oktabot. Äh, was gibt's noch? Äh, noch eine gibt. Ja, ich hab' ich vergessen, die haben. Ich hab' eine große Fisch. Aber ich hab' ich vergessen, die haben. Ich möchte deiner Bruder so hart den Fisch. Mach's. Geh' aber hier, Tja. Was? Skinhead. Schülöl. Mach's'n Fell. Was? Mach's'n Fell, Mann. Nicht so. Du musst, geh' deine Hand rein. Nichts machen die Kamera kaputt. Das kostet viel Geld. Nein, 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 nein. Faschi, du mach's kaputt. Du musst bezahlen meine Kamera. Oh, das ist keine Chance. Scheiße. Scheiße. Ja, ehrlich. Ich fäcke dich. Ich bin Assad, Yassid, Elias. Arabisch, Irakisch, Kurdi, Yazidi. Ich fäcke dich. Ich fäcke dich. Ich fäcke dich, mach. Mach's, mach's. Hola, hola. Ta, wüsüme lecker. Hola, hola, hola. Ja, gel. Du musst, Video. Ja, ich fäcke dich. Oh Mann, nein. Du musst, Video. Ja, ich fäcke dich. Entschuldige. Ja, ich fäcke dich. Lesen, das ist einfach. Tak, du musst. Sieh. Ta, ich fäcke dich. Und letztes Mal waren wir hier mit Menschenkinder Chef 1 und Chef 2 und gehen essen Kebab. Und was ist passiert? Ja, hörst du zu Skirin. Und dann Menschenkinder machen mit Chili Schal. Ich mache auch mit Chili viele Schal. Und Chef 1 macht mit Chili auch Schal. Und Mechuli hat gesehen und er macht auch Schal. Aber er hat keine Ahnung, was ist das. Und dann ernehmen und so. Schau, schau. Und dann ich Mechul nochmal. Nein, und alle gehen dort lang. Er hat keine Ahnung, was ist das. Ach, wie dieser Scheiße. Häpp, wie dieser Scheiße. Hey, das ist dein Bruder. Du darfst nicht sagen. Ja, ja. Wer? Wer? Ah. Wo ist das? Was ist jetzt los? Gibst du eine Zigarette, Bosse? Tauch eine Zigarette. Hast du Zigarette? Sagst du mir hier, bis wie viel? Bis fünf Minuten oder sieben Minuten. Warte. Jetzt drei Minuten. Nein, nein, nein. Du darfst nicht. Jetzt vier Minuten, Mann. Ach, ach, ach. Bis acht Minuten, ja. Ach, ach, ach. Wo gehen wir jetzt hin, Skirits? Weiß ich nicht, Mann. Ja, wieso kommen wir hier, diese Götten, Fick? Ja, fack ich, diese. Ja, kommst du hier, Mann. Guck mal, äh. Du musst gerne schnell zur Straße, Alter. Ja, Mann. Internet-Café, du, nie. Ja, Mann. Ich hab' tausend, weil du nicht Internet-Café du bist. Ja, Mann. Mann! Jo! Jo! Schau! Ich geh jetzt in... Wer ist denn? Geh mal! Ich muss schon auf meine Bank Stop! Ja, ich geh nicht! Wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt... Hauberloch! Was machst du denn Hauberloch? Bist du blöd? Ja, ich geh! Suche Geld! Was? Wie suchst du Geld? Ja, ich geh zur Trasse und suche 1 Cent, 2 Cent, Leute verloren und dann ich nehme und immer leiben, leiben, leiben und kommen wie viel? 20 Euro kommt! Und dann ich geh automatisch spielen, nur 5 Euro leiben bei mir! Und alles, ich mach die Maschine rein und die Maschine alles fressen, meine Geld und dann später, ich bin böse und nervös und dann gehen nach Hause, schlafen 2 Stunden nochmal aufstehen und gehen nochmal suchen Geld und dann später kommt eine Frau, Jumpy und sagt, ja weißt du, du kommst mit mir und ich mach die Ficken zusammen und dann, du gibst mir die Haschisch Ja, das ist kein Problem, aber wo nehmen diese Scheiße? Ja, hab ich keine! Und was ich hab ich gemacht? Ich geh klug und dann ich geh, mach Scheiße und lassen, geh trocken und dann ich mach diese rein, eine Folie und ich geb die Frau verkaufen, machen Sex und die Frau weg, aber keine Ahnung ich mach nix richtig, Haschisch ich geb meine Scheiße rein! Ach, sei ja früher Genau, genau, früher Was du denkst, das ist meine Arbeit Gott? Das hat Gott oder nix? Ja, ich arbeite mit Kopfmann Keine Sandspiele mit mir Na klar! Ja, genau, ja ich hab viel gemacht mit einem afghanischer Mann Er hat gekippter Asch Mit dem Gras? Ja! Ich hab genommen 10 Euro und er denkt, das ist Gras, Mann und dann Spät hat gesehen, hier hat gesagt, das ist guter Gras Er hat mir so viel Keine Ahnung Nein, Mehmet, weißt du Weißt du, Leute kommen mit mir welche Asche nie aber keine Chance die Leute kriegen bei mir Arsch Ja, wie? Wie Leute kriegen bei dir Arsch? Ja! Weißt du, die Leute kommen bei mir Ja, sieben Minuten, Hermann und die Leute kriegen meine Arsch Ja, mach zu Ja, mach zu